Ein herzliches Willkommen zu gepickelten Legungen, da ist es schon... Schönen guten Tag! Einfach ein Wortfallen hier! Danke für diesen Pickel-Ausschlag, ich darf schon wieder zu sehen, dass es dabei ist. Vielen Dank. Bitteschön. Was gibt's? Warum sind wir hier? Wo geht's hier raus? Ja, wir bauen wie immer ein Herr der Ringe. Ist das heute? Wie immer. Heute, heute. Ist ja auch das letzte, das allerallerletzte Ringe-Set, also genießen wir es. Vermutlich, also erstmal für eine lange Zeit vermute ich. Genießen, das sag ich ja. Ja, das auf jeden Fall. Und ja, das ist die Org-Schmiede. Und das hat 363 Teil. Ich hab von 350 geschätzt. Ja, richtig. Ja, drei Türchen, das geht. Geht schon. Dir gebührt die Ehre. Ja, das hier nochmal eins. Auch wieder mit einem tollen Stein mit bei. Womit? Mit einem tollen Stein mit bei. Der hier. Ach so, der Stein. Ja, das ist wieder ein besonderer Stein für euch. Ja. Das machen wir später. Ja, das machen wir später. Ja, das machen wir später. Man, schick geht mal, ne? So. Schön, 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 schön. Ich bin immer gespannt. Figürchen. Ja, mach doch mal die Figürchen. Obwohl das eigentlich immer dein Part war. Ja, war. Ich wurde befeiert. Genau. Das stimmt. Das stimmt. Jetzt werden wir nicht degradiert und kommen in dieser Zelle. Eins, zwei, drei, vier. Ganz viele Schlüsse sind. Eins, fünfter. Warum passt das denn schon nicht? Da geht es ja gut los. Ist da noch ein anderer dran? Der ist genau so. Wie genau so lange? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Aber da sollte keiner frei sein. Wie geht das denn? Ach so, ich habe Plätze gemacht. Alles klar, weitermachen. Kann ja mal passieren. Du brauchst doch die Bilder nicht für die Mannekes, oder? Du, ich muss wissen, der andere hat eine Schaufwand, der hat noch einen Hammer. Ja, der mit Haare ist der Hammer. Ja, okay. Schön. Ja, so Brücken, die kann man sich mal bauen. Ja, der mit Haaren ist der Hammer. Das weißt du morgen noch. Ja, auf jeden Fall. Das ist so der Hammer. Ja, der mit Haaren ist der Hammer. Das ist so schön aus Rot. Auf jeden Fall. Aber selten. So richtig. Ja. So, dieser besondere Stein kommt auch direkt mal hier rein, das reimt sich auch noch. Ne, ach so. Ne, ach so. Da kommt ja auch die Klazer darunter. Ja, ja, das habe ich gesehen. Ich habe es gesehen. So. Was damit aussieht, sehen wir später. Was hat es denn? Muss man das aufziehen? Ja, da ist so ein Nippel drin, so eine Sicherung. Aber das ist alles gut. Ja. Und die sind jetzt schon raus. Weil, das war ja schon mal ausprobiert, ne? Alles schon kaputt gemacht, ja. Ja, andersrum. Ne, war schon richtig so. War schon. Ja, schon. Weil da ist das Loch. Mensch, Mensch. Ja, ist okay, ist okay. Nein. Nicht schritten. Doch. Nein. Man merkt, ich stehe jetzt so seit früh auf. Weißt du? Ich habe nicht viel geschlafen. Ach du, das... Ich habe noch ein bisschen geschlafen, damit ich die Nacht schon mache. Ja, ich habe 10 Stunden oder so. Du hast es genau verstanden. Ja, gib es mir. So. So, da hast du es schon fertig gebaut. Das ist ja super. Echt? Ja, jetzt war fertig. Oh. Das war nicht schlimm. Doch. Skandal. Das kommt uns entgegen. Im wahrsten Sinne. Skandal. Da habe ich etwas zusammengelassen. Mhm. Ach, der Lüge wieder. Das hatten wir auch noch nicht. Ähm, wir... Da kommen noch so ein Ding inzwischen, ja. Der kommt davor. Ach ja. Au. Ja, dann ist ja gut. Haben wir noch so eins? Den lasse ich kaputt gemacht. Na ja, gut. Da war ich, ähm, ja. Ungekonzentriert ist er. Ja. Ja. Liegt vielleicht am Schlafmangel. Ich habe die letzten Tage wirklich nicht viel geschlafen. Wo? Den einen Tag war ich bis fünf Uhr wach. Und hab dann bis zwölf geschlafen. Und ja, und da war nicht besser. Also... Hattest du die Woche auch spätisch, eh? Nö. Aber... War halt, äh, unterwegs nur mit Freunden. Ja, aber du sagst um zwölf Uhr wach. Wie hast du das denn gemacht? Ja, bis zwölf Uhr morgens. Also... Ne? Ich hab ja Samstag frei. Dankeschön. Das habe ich auch verstanden. Ich hab ja Samstag frei. Bäh. Du warst nicht gemeint. Doch, genau so. Stopf. Da unten kommt auch noch Kramsinn. Stimmt. Entschuldigung. Jetzt vergessen wir das nachher. Und dann müssen wir wieder nicht... Wumpadadadadad. Och Gott, wie oft baut man das? Ein paar Mal. Nur einmal lässt das zusammen. Ja. Ist ja okay. Wo ist das jetzt auch schon wieder? Mhm. Ups. Das ist halt... Muss man nicht abbrechen, ne? Äh, abbrechen ist nicht gut. Und da kommt er nicht hin. Nicht? Nach vorne. Mit Lücken. Und nochmal. Oh, nein. So toll ist das auch nicht. Das ist ganz toll. Das ist großartig. Aber es dürfte der Letzte gewesen sein. Wenn da nicht noch wer hinkommt. Möglich ist alles. Ja, auf jeden. Ne, sieht aber nicht danach aus. Kann doch kommen. Oh... Mhm. So. Einmal, zwei Mal, wo kommen die denn hin? Wo kommen die denn hin? Ach, da vorne kommen die in die Lücke, die ich gelassen habe. Ja, sehe ich. Danke. Leblatt hier. Ja, wird jetzt ein bisschen abgedeckt, die Schmiede. Das Feuer der Schmiede, damit sie ihre Waffen produzieren können für den Krieg. Sie taucht auf jeden Fall auf bei Saruman, wo er gesagt gekriegt hat, mach eine Armee, die morderwürdig ist. Dann sieht man die halt dann auch, wie sie dann da Bombschleiter reinschmeißen und die Feuer schüren und die Waffen produzieren. Ja, genau den brauche ich. Genau den? Ja. Keinen anderen. Alles war gut. 1...2...3... ...gerüffelt, ne? Nicht gerührt, gerührt. So, dann kommt der da hin. Der kommt da hin. Achso, da ist es. Dann kommt die Platte drauf. Platte. Warte, da fehlt noch. Da fehlt noch. Habe ich noch gesehen im Augenwinkel. So gerade. Aha. Ah, da kommt noch eine Ecke hin. Achso, da kommt noch ein grauer Blatt drauf. Zack. Da kommt der Topf drauf. Mhm. Nö. Den kommt noch nicht drauf. Achso, dieser. Das ist nur so ein Deckel hier. Du, was kannst du haben. Ja, okay. Und dann kommt der hier. Hier oben drauf, so. Und dann kommt noch so ein grüner. Ja, der nicht da ist. Und der nicht da ist. Und der nicht da ist. Ah, dann kannst du den da drauf setzen. So, und dann brauchen wir viermal Fackeln wieder. Das sind keine Fackeln, das ist Feuer. Ja, Fackeln. Le Fackeln du Feuer. Das soll Feuer darstellen. Fackeln. Feuer. Nicht lang fackeln. Ja. Ist okay. Ich fucke nicht mehr lange. Ich fucke nicht mehr. Ja. Und warum muss man da eben auch mutig sagen. Bin nicht lang gefuckert. Der ist verkehrt rum. Ja, das war ja auch das mit dem, als wir den Ton gebaut haben. Genau falsch rum. Und da musst du tausendmal gucken. Ja, das passiert. So, dann kommt der Topf da drauf. Und das Ganze in den Topf. Ja, das ist der Amboss. Ich dachte, der wäre ja in der ersten Tüte. Nee. Doch, ist er auch. Oh mein Gott. Dann baue ich mal schnell zusammen. Den Amboss. Den armen Boss. Ich wusste auch, dass er da drin ist. Das hat man nur übersehen. Dann kann ich gleich mal Feuer anmachen. Wie? Ich hab Feierabend. Feuer anmachen. Ach so. Ich hab Feierabend. Kommt der irgendwo da drauf? Nee. Nee, das ist... Da weht ja dann die Waffe drauf und dann... Ding, ding, ding. Ding. Uh. Das sieht schon geil aus. Interessant, dass da eins schlitzfrei ist, ne? Ja, dass man es durchsieht, ne? Aber sonst ne schöne Idee. Bi 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 Das ist doch, die Orks das können. Na ja gut. Sehr schön. Das war schon Tüte Nummer eins. Jaa. Das geht dann wieder flott. Dann sehen wir uns gleich bei Tüte Nummer zwei wieder. Bis dann! Tschüssi! Bis zum nächsten Mal.